cool wird bestimmt noch cooler und noch schwerer logischerweise ja palmer bei selbst ein sehr schön katholisch wir uns jetzt hinwedeln lassen darunter oder was wasserfall was sind wir denn hin gesprungen welcher welt sind wir denn über den wolken oder wolken weggehen okay wir haben okay ich probiere es einfach mal so sehr geil wir müssen ja auch geheime gegenstände zu finden es ist total milchig durch nebel wahrscheinlich was versteckt ist ob hier irgendwas ach was mache ich denn wo war das jetzt hin ok zum beispiel keine ahnung wo ich jetzt überhaupt hin muss ich bin schon mal rein was machen so gefällt mir das hier überhaupt nicht kleines bisschen noch unterstellen wird sitzen scheiß gedings scheiß milchig das gefällt das ist nicht toll und ok das schafft man nicht schafft man doch zu glück war da ein punkt das war jetzt mega glück du hast den zweiten das hab ich nicht gelesen oder war noch ein zeichen das gibt es ja gar nicht da gibt es ja eine leuchtende zeigende an wie viele möglichkeiten zum ach guck haben wir zwei möglichkeiten sind es jetzt die beiden da oder gibt es dann noch irgendwo was wir kommen von da da gibt es keinen weg nach rechts und links nö hier geht es nach hinten mal vorsichtig machen hier gibt es keine geheimen sachen ok wir müssen jetzt ganz stark sein aber springe ich denn immer ich springe aber das ist ja doof ok jetzt hat es funktioniert aber dann hier wird schön das licht so noch einfach war das wird knapp war knapp wollte ich sagen und dann hoch das haben wir zwei verschiedene möglichkeiten hier weiter uns auch wo da oben warum haben wir denn zwei verschiedene möglichkeiten das ding hört man sogar okay da oben wo ist er denn jetzt hin okay ich weiss wohin super komm schon was kannst du doch nicht mit mir machen diese geheimen dinger sind also nur diese komische schreiber da gespeichert gespeichert wieder zwei sachen alter ich war etwas zu langsam ok wohin jetzt ok aber wohin jetzt definitiv funktioniert kreide ist hier was angemalt Fred's experiments yourself? Yes. I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home and one day Fred woke up with bites all over his body. Turns out it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Oh, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special. But I don't know what happened to them. Mhm. Okay. Okay cool, so cool. So cool. Okay, we're in the ocean. We're in the ocean. So cool. Wouah! sind die flying touch menschen wir sind die vielen let's play aus und wir haben man okay das dreht sich auch wieder so im kreis und so sehr schön hier für euch bestimmt unerträglich dunkel ihr lieben leid auf youtube ich hoffe aber mal nicht ich hoffe dass wir können das genauso genießen wie ich diese blühe lights did fred put them here or was somebody else here as well hier war definitiv jemand oh wie schön cool cool m m hier sieht jetzt bestimmt alles schwarz und einfach eine rote punkte aber ich finde es halt blöd dass es bloß gamma hoch dann sieht es nicht mehr schön aus hallo who are you hmm you're not from here wow you look just like fred but smaller and with less hair on your face she knew fred i told her that he was my uncle and that i was looking for him so what's an uncle i said that he was that i had know him all my life really me too i'll help you find him i'm Madeline the others call me mad maddy sometimes i don't know why really but you can call me maddy Sie können das nicht sein, was sie unter der Erde ist. Da wissen wir dann, wo die Eier hinzünden, die da der Onkel hat. Zack. Alter. Boah. Die redet irgendwas von einem, hat er irgendwas geredet von einem Suit. Ich denke aber, ach nee, den haben wir ja an. Okay. Pock. Ist eine Leiter noch in? Nee, das ist bloß nicht. Äh, zerbrochene Brücke. A broken bridge. My lovely friends. What? Lass mich hier rauf. Boah. Okay. Jetzt machen wir mal kurz, das hätte ich anders. Boah, das ist ja nicht mal richtig cooles Game. Dann, später. Hey! Over here! Wow! Hey! Ach, guck mal. Hallo, willkommen in meine Stadt. Das ist die Stadt, und da ist Fred's Tent. Ich habe ihn nicht in ein paar Tage gesehen, aber vielleicht unser älter Samuel weiß, wo er ist. Er weiß ein paar Sachen, meistens ein paar Sachen, wenn du mich fragen willst, aber es ist wert, ein paar Mal. Bevor du ihn hast, sollte man die Stadt sehen, es ist nicht so schlimm, wenn du zu lange bleiben musst. Wenn du fertig bist, geh auf den Isen mit dem Windmill, und du siehst Samuel's Cove von dort. Ich gehe und sage ihm, dass du kommst. Er ist nicht so viel für die Prise. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Madeleine und erinnere mich zu treffen. Es war strange. Wie kann ich mit jemandem, der nicht nur human ist, und trotzdem fühle ich, dass es perfekt normal ist? Okay, die Figuren sind schon ein bisschen steif geraten. Wie gesagt, ich kann euch jetzt aber auch nicht sagen, von wann das Spiel ist. Aber das ist ja egal, der Rest sieht ja schick aus, ja. Wow. Okay, ähm, nein. Ja, da gibt's, es ist aber halt, ich weiß nicht, wie es später wird, aber zur Zeit noch sehr ländlich auch. Die malen auf dem Holzbrett. Aber, okay, jetzt brauche ich auch das Spiel, glaube ich, nichts anderes als linear. Ich denke mal, da werden bestimmt noch Rätsel kommen, die, äh, oder Hürden kommen, die noch ein bisschen schwieriger sind. Was ist das für eine Vogelschelche? Ja, okay, und wird's nicht viel Vögel geben? Wir sind unter der Erde, das ist doch nicht wahr, das ist doch, warum ist doch der Mond? Wo sind wir? Okay, wir können hier lang. Okay, jetzt fängt es nämlich an. Wir können hier hoch. Aber was sagen wir, wir gucken mal hier rüber, ne? Nicht so schön, also, aber... Ich bin trotzdem schön, also. Hier habe ich schon so. Hm. Okay. Ich kann mal hier runterlaufen, okay? Hier unten ist ein kleines. Guten Tag. Wie die aussehen, die Toten? Äh, die... Sehen aus wie Tote, wollte ich sagen. Coole Sache, okay. Komm, ein kleiner Abstich. Abstich, Stich, Stich. Guck mal hier, ich malte schon wieder auf dem Brett, oder? Nee, auf dem... So malt man doch nicht. Ach doch, so malt man doch nicht. Musst du feindfühliger mit umgehen. Das ist jetzt wieder so ein Robotervieh. Boah, eine echt coole Welt. So eine schöne Welt. Aber alles, ich würde auf Dauer hier, glaube ich, verweckt werden. Und es ist so dunkel die ganze Zeit, obwohl ich ein Nachtmensch bin. Ich glaube, ich würde hier nie schlafen können, weil es einfach nur nachts ist. Okay, hier hoch geht's. Ach, jetzt sind wir hier beim... Was soll denn sein Zelt denn sein? Die hat irgendwo... Grüne Pilze. Also hier ist was. Kommt man dann darüber. Das bringt uns ja mal gar nichts. Kommt man dann hier wieder zurück, ne? Ich denke mal, da geht's dann weiter einfach nur. Oh Gott. Oh. Ist das auch dieses Gameplay-Spiel? Ich glaube, ja. Okay, wir laufen erst mal nach oben, würde ich sagen. Wir gucken uns da mal kurz um. Okay, hier ist nichts. Zopp. Okay, ich würde mir... Ach, ich springe immer. Ich drücke immer Leertaste. Das gibt's doch gar nicht. Warum bin ich denn da so doof? Oh, das ist knapp. Das können wir mal hin müssen. Vorbei... Irgendwo hier waren jetzt immer diese... Okay, hier. Ah, da komme ich da. Okay. Uuuh. Uuuh. Okay, was ein bisschen sinnlos war. Ich hab wieder Leertaste gedrückt. Ich hab wieder die Leertaste. Ich kenn Katzen. Wer macht denn aber auch springen auf zwei Knöpfe? Uuuh. 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 Die sind mir sogar besser rübergekommen. Uuuh. Uuh. 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 Okay, hier kommt man dann weiter. Aber wir werden erstmal hier gucken. Uuh. 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 Alter. Eieieieiei. Okay. So.